Moin YouTube, was geht ab? Freut mich das hier eingeschaltet und da pünktlich zu Black Ops 6 bin ich auch wieder am Start. Zwar mit harter Migräne, trotzdem am Grinden und deswegen habe ich ein richtig geiles Gameplay für euch. Nämlich habe ich ja eine Nuke gezündet. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like, lasst gerne einen Kommentar, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten genießt das Gameplay und viel Spaß auf einem Black Ops 6 Grind. Geht's hier denn leider nicht besser. Ich weiß auch nicht woran das liegt, das ist einfach so... Ja, es ist nicht Kopfschmerz, es ist einfach Migräne. Und das ist das Problem. Sonst kracht halt die ganze Zeit. Seit zwei Tagen jetzt aber durchgängig. Also ich habe jetzt alles probiert. Ich habe jetzt mir eine E-Boot reingehauen. Ich habe mir Wasser getrunken. Ich habe gestern einen kalten Raum gemacht mit Lappen auf dem Kopf, allem drum und dran. Und trotzdem habe ich Schmerzen. Das hört einfach nicht auf. Vor allem wenn Black Ops 6 Release ist. Keine Ahnung. Da sehe ich mich nicht die ganze Zeit im Bett liegen. Und werden alle zocken, dass ich nicht zocken kann, weil ich wieder krank bin. Deswegen werde ich heute einfach streamen, aber ein bisschen ruhiger. Damit ich halt so gut wie möglich mich trotzdem regeneriere. Nein. Auf was von der Südkirche bin ich gestorben? Es gibt einen Orbi, ja, aber ich finde den nicht so geil. Also die Minimap ist echt kacke. Vor allem auch, achten wir bitte auf die Pfeile von den Orbi-Gegnern. Die Orbi-Gegner-Gegner sind einfach, ähm... Es sind einfach, die Pfeile sind umge... Also die zeigen nichts vom Gegner, sondern weg vom Gegner. Ich brauche eine Ausklärung. Ich brauche eine Ausklärung. Fühlt sich gut an. Kontrollen, die Fähler. Karten. Wir vertreten. Der Schuss war gut. Ordnung, die Gäste Zeit ist 100 Prozent. Check. Ordnung, die Gäste sind 15 Prozent. Fähne erledigt. Dann wird sich sicher. Wir haben euch im Visier. Wir kontrollieren, wir müssen das Ziel einnehmen. Kommandos, wir sind leer. Ordnung, der Kärz vom Auftakt herrück. Fokus macht die Musik aus. Warum haben wir alle Zone? Aber, jetzt fehlt halt die Follow-Up-Strike von meinen Mates, ne? Das hat immer das Problem. Weil du halt keine Streaks loopen kannst, ne? Du kannst keine Streaks loopen. Und von daher machst du einmal ein Orbi oder so. Das war's. 18er. 19er. 20er. 21. 22. Weißt du, keine Munition mehr. 23. Ich habe leider keine Munition mehr. 24. Wir haben C verloren. 24. Bravo gesichert. 25. Was ist los, Crimson? Sind euch die weißen Pfannen ausgegangen? 26. Wir verlieren B. 27. Kommt nochmal eine Drohne von den Mates oder irgendwas. 2 noch. Einer noch. Da ist die Nuke. Alle erste Mal Nuke. GG's. Erste Runde, direkt in die Nuke gezündet. Hä? Oha. Ne, wieder schlecht, oder? Hä, GG's. Hä? Alle erste Runde, Nuke. Einfach absolut krank. Es ist die Krank-Lobby, Chad. Es ist die Krank-Lobby. GG's. Hä? Ich bin einfach krank. Digga. Ich habe nicht mal so arg gecampt. Also ich habe ein bisschen patrouilliert, aber ich habe nicht mal so arg. Die Migräne-Nuke nennen wir sie auch. Digga. Aller erste Runde mit Migräne. Eine Nuke gezündet. Digga. Geil. Ey, Markus. Danke für 22 Morte. Vielen lieben Dank für 22 Morte Support. Vielen lieben Dank, dass du seit 22 Morte am Start bist. Finde ich das Game bisher jetzt ganz gut. Aber da hast du jetzt wieder das Problem erkannt, was ich auch angesprochen habe. Boah, das kracht wieder. Da, ich darf nicht so schnell reden. Da hast du das Problem eben wieder erkannt, was ich angesprochen habe. Ähm, Orbi ist leider nicht so gut. Und du kannst keine Streaks loopen. Also guck mal, ich habe jetzt einmal meine Streaks gehabt, ja. Und danach, ähm, ist Feierabend, ne? Deine Mates, die machen keine Orbi oder so. Ähm, deswegen. Ähm, ist halt ein bisschen blöde. Das nervt mich ein bisschen auch. Also das nervt mich tatsächlich ein bisschen auch auf, äh, auf Streak oder so. Dass du halt wirklich abwählst. Also du bist, du bist halt einfach abhängig von deinen Mates ein bisschen. Weil du kannst dich einfach einmal eine Nuke machen direkt. Das nervt mich einfach abwählst.